Wir haben Menschen von der allerersten Staffel in Stuttgart bis zur gerade noch laufenden siebten Staffel in Berlin. Warum? Warum eigentlich? Warum sollen wir agil sein? Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache es anders. Ich mache es anders. Wenn man in so ein Unternehmen kommt und das Klima ist so unterkühlt, dass man das Gefühl hat, hier geht man irgendwie unter. Warum sind sie aus der Unternehmung raus? Eins, zwei, drei. Wir haben in den vergangenen Wochen viel Zeit damit verbracht, uns bedanken darüber zu machen, wie wir es hinbekommen. Um festzustellen, wo Leute auf der agilen Reise stehen. Wir glauben, dass alle Menschen in der Lage sind, die agile Reise zu gehen, aber jeder hat dann auch durch den Staat gekauft. Wenn man auch so Idealbildungen kommt, von so wäre es so toll, wenn man das nicht erfüllt wird, dann stresst es. Ja, und manchmal lassen es halt die Gegebenheiten auch nicht anders zu. Ansonsten, da können Sie sagen, danke für die Lebenszeit verbracht und gut ins Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank.